Deine Geschichte beginnt hier. Es war eine Nacht vor Weihnachten, und 20 Jahre später, du beginnst dein Abenteuer. In diesem alten Elevator, du zurückkehren vom Break, dein letzte Can of Ruhasch, zurückgekehrt zu deinem Job, nachdem du dein Trash verbringst. Ja, und damit willkommen zu Grinchmess, einer als Venture-Map hier in Minecraft. Ja, hi. Und ich bin der Typ mit dem Trash. Du bist der Hund. Nein, ich bin Max. Jetzt kann ich mal kurz zeigen. Wuff. So. Du bist der Grinch, ich folgte jetzt einfach. All food. Also, kannst du mir ja vorlesen. Ja, all food and drink, forbidden. Also, alles verboten hier, kein Essen und trinken. The button says up, so your spirits are down. Back to the grindstone, you go with a throw. Oh, jetzt hab ich'n Knopf. Oh, jetzt leckte ich's weg. Ja, hier ist es am schlimmsten. Das ist die Fabrik. Aber das muss ich meinem kurz zeigen. Ich hab das ja schon mal kurz angespielt. Da unten sind überall NPCs, die da die Wichtel oder so darstellen sollen, denk ich mal. Da unten. Hier sind wir die Pakete. Emergency. Ja, ich hab' jetzt mal kurz angespielt. Achso, sollen wir erst mal shot down? Ja, komm. Oh, verdammt. Aber ich glaub, wenn man uns einmal ausgemacht hat, dann bleibt's aus. Ah, jetzt mal rausstehen. Ah, jetzt geht's bei mir auch ein bisschen besser. Ja, dann ist immer weiter. Hey, I'm a day in the Fliss-Fackle factory, pulling your lever, clicketing, clacketing. It's not physical work, but a drain on the brain, levering over and over again. These toys being made by the workers of Ruhwill, exported yearly to the children of Ruhwill. Ah, schön. Okay, gut. Pull lever slowly six times, it's your job. Welchen willst du? Ich bin mal den ersten hier. Was meinen die denn? Pull lever slowly six times, also alle sechs, oder was? Oder sechsmal. Oh, da kommt was raus, geschossen. Ah, guck mal, können wir das einfach mitnehmen? Sieben. Achso. Ich hab' diese, 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 huf. Licht angegangen. Licht ist angegangen. Ja, so gut. Okay, äh, willst du an die andere Seite vielleicht? Okay. Jeden, jeden einzelnen, genau. Number days without workplace accidents, one. Also ich hatte ja grad'n Dispenser, der hat mir jetzt ziemlich viele Münzen gegeben. Also was haben wir hier noch? Also jeden einzelnen jetzt? Also ich hab' das einfach ein paar mal gedrückt und dann hab' ich den unten gelassen. Ich weiß noch nicht mal, wo wir gleich hin müssen. Das hier Emergency. So. Äh, gehen denn irgendwie Lichter an oder so? Oder? Wie ist das hier? Ich weiß es nicht. Ich war nur bis in der Fabrik und dann hab' ich erstmal nicht weitergespielt. Okay. Ich würd' sagen, wir lassen die einfach mal ein bisschen unten, oder? Wir lassen alle ja irgendwie mal unten lassen. Mal gucken, ob sich was verändert hat. Das hier ist ja der Emergency Exit. Aber wir müssen nur runter. Nicht an. Nicht aus. Nicht an. Nicht aus. Ja, komische Lichtverhältnisse hier. Kann's nicht aus sein, dass wir runter müssen? Guck mal, da ist ne Kiste. Aber dann... Wo geht's dann weiter? So, das ist... Ja. Ach, dann weh noch. Working Bench, die ich nicht berühren kann. Merkwürdig. Merkwürdig. Puddle Leaver six times is your job. Puddle Leaver six times is your job. Ah, das ist ein schwieriges Rätsel. Oh! Ob hier irgendwas ist? Tür oder so? Das ist nur irgendwie ne Kiste, aber ich... Weiß nicht, ob man da hinkommt. Oh, hier ist Redstone. Hier unten. Da hin. Wow! Komm mal her! Ich hab schon wieder was kaputt gemacht. Das ist... Oh. Aber ich glaub, das soll so sein. Äh... Ah, okay, ich versteh's. Das ist ja cool gemacht. Ach, ich hab mir... 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 Ich pack mal alles jetzt, was ich... Was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Außer die Diamanten und die... Münzen. Pack ich mal eben das Inventar nach oben. So! Ups! Aua! Hüpp! Au! Oh! Städtchen hier! Oh, yo! Das sind Häuser! Cool! Was ist denn da oben? Krass! Oh! Tja! 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 Jetzt haben wir alles verpasst, was da auf dem Weg war. Ich habe in jeden Dispenser geguckt, also das haben wir alles. Gepart, kannst du auch mal. Ich weiß nicht, ich glaube wir können gar nicht in diese Häuser. Hier ist so eine Factory noch. Mal gucken. Factory, dann geh nur mal nachgucken. Ich gucke mal, was hier ist. Hello Mother, I'm home. Oh, da gibt es doch diesen Mother Skin, habe ich gesehen. Hätte jetzt einer die Mother spielen können. Ich denke mal, da müssen wir jetzt auch gleich rein. Ich bin ja nur der Hund. 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 Komm, komm, hier rein. Komm, komm, hier rein. Komm, komm. Sehr komisches Fundamentier. Alles nur so von einzelnen Blöcken gehalten. Hallo Mother, I'm home. And I need my complaint. You say to her portray and know who's to blame. Now where did you put it? That passionated paper. You wrote it last month and then filled it for later. Okay, hier ist eine Map drin gewesen. Phase-Fangle-Pay-Statement. Dann haben wir noch Facken. Ich teile die mal auf. Position, die waren, ne? Ist das irgendwie von Bedeutung hier? Warum was fehlt noch? Nimm mal mit. Ja. So, geht noch. Oh, your mom. Auch nicht schlecht. Okay, ich nehme mal wieder hier die Münze mit. Diese Map. Die Facken sind aufgeteilt? Ja. Gut, dann ist die alt. Eine Fähre, eine Angel, ein Flint in Stil, ein Fisch, ein Flint und mein Kohl. Okay, mal gucken, was da jetzt... Was wir jetzt machen müssen? Hast du hier vorgelesen, ja? Achso, äh, Jura? Hab ich doch. Hast du nichts zugehört? Doch, doch, doch. Das war nur so eine rhetorische Frage. Now, up to Mount Crumpit, to face that green Grinch, he's finally responsible for the present pinch. He put us to work, making toys for the hoops. He del... Das schießt immer weh. Let's mich mal vorgegeben. He delivers on Christmas, but not to us rules. What do we get, we root? Da ist, äh, hier. Ja, ich nehm schon mit. Lies nur ruhig vor. For our humphs and our bruises, we get's max mozzot sky. We get sued in our shoes. Oop. Oop. Ich guck mal hier ein bisschen rum kurz. Aber ich denk, mach jetzt nichts. Ne, nix. Das wäre dann leider. Uh, hier ist auch nichts. Oh, ne, klettern. So nicht mehr aus als Schieber. Ne. Oh, ich hab mach so'n Ding gefunden. Boden. Passen. Puh. Ich glaub, ich geh... Aua. Knack. Hab ich? Idee. Da. Oh, wertvolle Punkte. Dürfen wir nicht. Cool, hier tropft's. Das ist ja lustig. Das ist jetzt eine neue Wasseranimation, wenn über dem Block Wasser ist. Cool. Wusste ich gar nicht. Ach, das war das, ne? Die Kiste? Ja. Mal so'n kleinen Ausblick auf die Stadt. Du bist schon weiter, oder wie? Ne, ne. Ach, schon wieder. Ja. Dann bin ich ja schon weiter. Oh, was? Ah. Okay. Ja. Ach so, oder? Ah. Ach, mir, mir. Ich hab' hier noch einen besseren Ausblick. Ne. Das sind grad nur Berge. Oder, oder? Ah, da ist sie. Ey, was ist das denn? Unsichtbare Blöcke, oder was? Hä? Ja, unsichtbare Blöcke, glaub ich. Oh, ich, da war wie in meinem Running Gag. Hä? Jetzt fällt mir das so langsam auch auf. Ah, okay, das ist cool gemacht. Mit dem Texture Pack ist das hier unsichtbar. Und dann ist das so wie so eine unsichtbare Wand halt hier. Kannst nicht gegenlaufen. Äh, also schon gegenlaufen, aber nicht durch. You must be close now. You can just see the top. And you hear Grinchy humming. Oh, leck. Oh, verdammt. Ja, und jetzt? So, oder was? Oh, mal. Oh. Ich musste das einfach. Oder du willst davor, oder? Äh, äh, ich bin ja schon vor. Dann liest du einfach weiter. Oh. Which you intend to stop. I'm here for you, Grinch. You, you boldly shout. Go away, grumps Grinch. I'm not coming out, continues the Grinch. I've got Christmas to do. Christmas to do. Those wonderful roos. I've got now time for your roos. As you enter his lair, a sight catches your eye. A portrait of mom. He has a green screen fire. Tja, da ist er wieder. Die Mom. Die gute alte. Äh, die gute junge, oder so. Ist da was drin? Worn from the climb, but freshly in senses. You've just one thing to say. Now see here, you're Grinch. What business have you with a picture of mom? Did you steal it from me while I made that long climb? Blinded by rage, you grabbed what's at hand. A flip, a fliss fangle frost flinger from chest near the bed. Don't dare well you go. Oh, was war da? Oh, ein Fiss-Flangle. Ich glaub, mit manchen ist so der, äh, was ist denn hier? Gift, Gift-Wrapping, ne? Oh, und ein Teddybär. Aber ich, müssen wir eigentlich alles mitnehmen, irgendwie? Einfach alles mit, außerdem, warum? Das kommt mir aber auch irgendwie so, guck mal, hier, jetzt mit Teddy und alles. Vorhören, ne? Ja, das finde ich, das ist das Zweig. So, 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 so. Da kann man nicht durch, okay, ja. Irgendwo, wir wollen. Ich kann schon die nächsten Texte lesen. Finally. Finally spying the Grinch. Oh, it's you, smiles the Grinch. Good to see you again. I'm surprised that you came. We've gotten, we got so much to cover. You rise the frost flinger before it gets any further. Bei manchen glaube ich, dass man die nicht mehr so in der Reimschule. Sprache, Polybüste. Ne, ich weiß nicht, dass es hier. Schon ziemlich ungereimt alles.